Musik Schönen guten Tag, mein Name ist Klaus Schanetzke, ich bin Vorsitzender des Vorstandes der Jens Hüther Giffen und ich freue mich heute hier zu sein und ich freue mich ganz besonders, meinen heutigen Gast hier begrüßen zu dürfen, Frau Tanja Heidling, die momentane Geschäftsführerin und jetzt die Geschäftsführerin der Lebenshilfe Giffen und wir möchten heute einfach mal das Karussell umdrehen und Sie haben bisher einige Leute interviewt, gefragt, heute hätten wir gerne als Vorstand mal die Fragen an Sie gerichtet. Das finde ich super, danke, dass ich hier sein darf, danke, dass Sie ein paar Fragen für mich vorbereiten, habe ich Freude. Sagen wir es so, das Jahr 2021, wenn wir jetzt auf den Kalender gucken, ist fast zu Ende, es ist ein kompliziertes Jahr und jetzt hätte ich einfach von Ihnen mal gewusst, wie haben Sie das ganze Jahr gesehen, wie ist das auf Sie niedergeprasselt, was passiert ist? Einfach mal mit ein paar einfachen Worten und ich würde mich freuen, wenn es in einer leichten Sprache ist, weil ich bin ein Verfechter der leichten Sprache, dass auch alle Teilnehmer der Lebenshilfe alles Mögliche mitbekommen. Ja, danke für die Frage. Ja, 2021 war ein schweres Jahr für uns alle, für die Leistungsberechtigten, für die Beschäftigten in der Werkstatt, für die Mitarbeitenden, für alle Beteiligten und auch für Sie als Vorstand. Corona hat es uns so schwer gemacht, durch dieses Jahr zu kommen. Ich bin glücklich, dass wir trotzdem unserem Auftrag nachgekommen sind, das Leben und das Arbeiten der Menschen, die mit der Lebenshilfe sind und in der Lebenshilfe sind, zu begleiten. Und dass es uns gelungen ist, so viel Lebensqualität wie möglich herzustellen, trotz allem. Und das ist nur deswegen gelungen, weil wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die Mut hatten und die nicht weggelaufen sind, die geblieben sind bei all dem, was uns passiert ist in diesem Jahr. Wir haben getestet, wir haben geimpft, wir haben Quarantäne durchgestanden, wir hatten auch Schließungen in der Zwischenzeit. Aber die Mitarbeitenden sind geblieben und sie sind tatsächlich auch heiter geblieben. Ich bin unfassbar dankbar dafür. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir schon im März wieder Vollbeschäftigung anbieten konnten in den Werkstätten. Das ist wichtig, dass man wieder in die Normalität zurückgekommen ist. Ja, und so wird es erstmal bleiben. Corona wird uns weiter verfolgen, aber wir haben auch andere Dinge getan. Wir haben uns von Corona nicht abhalten lassen, zu gucken, was sind eigentlich unsere Themen, was ist wichtig. Wir haben zum Glück die ISO-Rezertifizierung wieder mit Bravour bestanden. Und da war ich sehr, sehr glücklich. Da haben die Mitarbeitenden und die Leitung eine tolle Arbeit geleistet. Und wir haben viel über Neuausrichtung gesprochen. Und festgestellt, dass die Lebenshilfe schon 58 Jahre lang auf Neuausrichtungskurs ist, weil sie sich immer wieder verändert hat. Und dann war so die Frage, was hat sich wirklich für die Mitarbeitenden in diesem Jahr verändert? Nicht sehr viel. Wir haben viel vorbereitet, aber der Arbeitsalltag hat sich durch die Neuausrichtung neben Corona tatsächlich noch gar nicht richtig verändert. Aber das Leitungsteam hat sich verändert. Das Leitungsteam ist zusammengerückt und ist mehr als bisher Unternehmer, sind es Unternehmerinnen im Unternehmen. Und wir haben Zielkonferenzen alle zwei Monate. Und alle Ziele werden dargestellt für alle Mitarbeitenden, sodass alle zu jeder Zeit wissen, was machen die Leitungen, was macht das Management, wo wollen wir eigentlich hin? Wenn ich jetzt mal kurz dazwischenfragen darf, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so gewesen, dass die Mitarbeitenden das komplette Jahr 2021 eigentlich vor Ort waren, nicht so wie in anderen Branchen, dass Kurzarbeit oder Ähnliches eingeführt wurde. Die Mitarbeiter haben sich also bereit erklärt, wörtlich das ganze Jahr Ihnen zur Seite zu stehen, dass das Hauslebenshilfe weiterläuft. Absolut. Das ist ganz, ganz wunderbar. Also wir hatten tatsächlich keine Kurzarbeit. Wir hatten Betriebsschließungen. Die haben wir aber ohne Kurzarbeit überstanden. Und was ganz hervorragend war, dass die Mitarbeitenden in den anderen Bereichen ausgeworfen haben. Also die Bereiche, die geschlossen waren, haben dann im Fachbereich Assistenz für Erwachsenen, das ist ja das Wohnen, unterstützt. Und die ganze Lebenshilfe hat sich zusammengetan. Und da kann man wirklich sagen, die Lebenshilfe hat sich krisenstark auch gezeigt. Es gab keinen Personalabbau. Und die Gehälter waren gesichert, auch die Löhne der Beschäftigten waren gesichert. Und was ganz hervorragend ist, und da sind wir extrem dankbar, dass wir weiter refinanziert wurden. Das heißt, die Kostenträger haben uns weiter dahin das Geld gegeben, auch wenn wir temporär nicht voll unsere Leistung erbringen konnten. Und von daher sind wir recht gut durch das Jahr gekommen. Das freut uns als Vorstand natürlich wunderbar, dass die Lebenshilfe wie vorhin finanziell auf festen Füßen steht, dass es sehr gut gelaufen ist. Dafür mal der Dank an alle Mitarbeiter, wirklich an alle Mitarbeiter, der Dank an die Geschäftsführung, dass das so toll geklappt hat. Wir haben es, ich will mal sagen, nicht aus der Ferne, aber doch immer mitverfolgt, wie es läuft. Und sind mehr als zufrieden, dass das so gut gegangen ist, dass auch wirklich alle Mitarbeiter fleißig zustande gehalten haben. Und jetzt mal so ein bisschen leichten Umschwimmen. Gut, es war Corona, es ist immer noch Corona. Aber das Jahr besteht ja auch noch aus ein paar anderen Tagen. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was so in 2021 passiert ist, weg von Corona? Ja, wir haben das Jahr 2022 vorbereitet. Und darauf freuen wir uns. Wir haben uns vorgenommen, eine neue Software einzuführen, wie Wendy, und haben alles vorbereitet dafür. Und sobald der Betriebsrat zustimmt, wollen wir starten im Bereich Wohnen und in der Förderschule. Und das wird dazu beitragen, dass wir weniger dokumentieren müssen, dass wir viel mehr Zeit haben für die Menschen, für die wir angetreten sind. Und nicht so viel mit Papier zu tun haben. Das ist vorbereitet, darauf freue ich mich sehr. Es wird eine Erleichterung geben. Und wir fangen im Fachbereich Assistenz für Erwachsene und in der Förderschule an und werden das als Modell fahren. Und dann wollen wir es ausweiten auf die anderen Bereiche. Ich habe gerade gesagt, ja, Förderschule. Wir haben in 2021 eine Förderschule gegründet mit dem Schwerpunkt Intellektuelle Beeinträchtigung. Und den Fachbereich Schule der Zukunft eröffnet. Und was wir auch gemacht haben, wir sitzen gerade hier. Wir haben einen neuen Standort, Lebenshilfe live in der Fußgängerzone. Das ist ein Ort der Begegnung, um in die Kommunikation zu treten, um mit den Menschen in Giffen zu sprechen, um über uns zu sprechen. Und um Unterstützer zu finden, die die Lebenshilfe gut finden, für uns sind und uns unterstützen, weil wir brauchen Unterstützung. Menschen mit Beeinträchtigung werden immer noch zu wenig gesehen. Und heute ist ja der internationale Tag der Menschen mit Beeinträchtigung. Deswegen ist die ganze Fußgängerzone lila. Ja, wir brauchen Unterstützung. Deswegen haben wir diesen Standort eröffnet. Was mir auch wichtig ist für das Jahr 2022, wir brauchen Personal. Wir haben Personalnot. Und deswegen ist der Aufruf an alle Mitarbeitenden, machen Sie Werbung für uns. Fragen Sie Verwandte, Bekannte, Freunde. Wir bieten alles an. Wer Teil der Lebenshilfe Familie werden möchte, kann das tun. Wir bieten Ausbildung an, duales Studium, Ausbildung neben dem Beruf, Umschulung, Qualifizierung. Und was wir bieten, sind feste Arbeitsplätze. Es hat in der ganzen Geschichte der Lebenshilfe noch nie Personalabbau gegeben. Wir sind ein attraktiver und vor allem ein sicherer Arbeitgeber. Und deswegen möchten wir Menschen finden, die sich für uns entscheiden. Und gleichzeitig ist es notwendig, dass wir uns intern auch weiterqualifizieren. Und wir haben dieses Jahr öfter aufgerufen, liebe Mitarbeitende, wenn ihr euch qualifizieren wollt, sagt Bescheid. Sagt euren Leitungen Bescheid. Wir werden alles möglich machen, damit ihr euch weiterqualifizieren könnt. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, es gab häufig die Frage, ist mein Arbeitsplatz sicher? Corona hat auch so ein bisschen so ein Gefühl gemacht. Und was ist mit meinem Arbeitsplatz? Jetzt kommt eine Software, werde ich wegrationalisiert? Braucht man mich jetzt nicht mehr? Nein, ganz im Gegenteil. Die Lebenshilfe ist immer gewachsen. Und unser Versprechen ist, jeder, der bei uns bleiben möchte, kann so lange bleiben, wie er es möchte. Und das hat die Lebenshilfe gezeigt. Wer einmal Teil der Lebenshilfe-Familie ist, bleibt es auch. Und deswegen alle Arbeitsplätze sind sicher. Und wir brauchen noch mehr Mitarbeitende als bisher. Und was auch wichtig ist, Sie hatten das eben angesprochen, die Lebenshilfe hat zum Liede gewirtschaftet. In der Krise, aber auch vorher schon. Und das heißt, die Gehälter sind sicher, das Geld für die Beschäftigten ist sicher, jeder wird sein Auskommen haben und kann sich in der Lebenshilfe weiterentwickeln. Das sind ganz tolle Worte, wo ich mich auch wahnsinnig überfreue. Und wenn ich sehe, mit welchem Enthusiast, mit welcher Begeisterung, mit welchem Herzblut Sie hier die Lebenshilfe präsentieren, dann freue ich mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie so offen für die Mitarbeiter da sind, in der Hoffnung, dass das dann alles so bleibt. Und jetzt, sei mal so, persönlicher Natur, ich habe jetzt viel gelesen über Neuausrichtungen, viel gehört über Neuausrichtungen. Sie hatten eben schon gesagt, man macht ja viel digital, dass man sich nicht so oft personell trifft, in Form wie jetzt eben gerade, face to face. Was muss ich mir oder was muss ich die Allgemeinheit unter Neuausrichtung der Lebenshilfe vorstellen? Was passiert? Wir suchen die Themen, die die Gesellschaft interessiert. Und Sie wissen, ich lebe für das Thema Selbstbestimmung. Das ist auch das Thema des BTHG. Und wir möchten, dass die Menschen das von uns bekommen, was sie brauchen. Nicht, was sie anbieten, sondern wünschen und wählen. Und deswegen werden die Themen sein, wie möchten Menschen leben? Möchten sie in einer Wohngemeinschaft leben oder möchten sie lieber alleine in einer Wohnung wohnen? Wo möchten Menschen arbeiten? Wir werden zunehmend auf den ersten Arbeitsmarkt vermitteln. Wir machen das auch schon. Budget für Arbeit, Budget für Ausbildung. Wünschen und Wählen ist das Thema. Und wir als Organisation, wir müssen uns immer wieder neu erfinden, um das anzubieten, was die Menschen sich wünschen und wählen, damit sie das Leben so leben können, dass es ihr eigenes Leben ist. Und das ist im Prinzip die Neuausrichtung. Und alle Unternehmen der Eingliederungshilfe folgen diesen Weg. Wir müssen uns anpassen an die Wünsche und die Wahl der Menschen. Und das bedeutet, wir müssen uns immer wieder verändern. Aber, und das ist ganz wichtig, unaufgeregt, Schritt für Schritt und solide. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, im Arbeitsalltag der Mitarbeitenden hat sich in den letzten eineinhalb Jahren nicht wirklich viel verändert, weil wir langsam voranschreiten und weil es auf soliden Beinen steht. Und wir müssen unser Tempo finden, auch wir als Organisation müssen unser Tempo finden, aber wir dürfen nicht stillstehen. Und das werden wir auf gar keinen Fall tun, sondern wir werden weitergehen, so wie es der Lebenshilfe gebührt. Aber kann es denn nicht sein, dass jetzt bedingt durch die Neuausrichtung, dass durch Veränderung, vielleicht auch durch die zeitlich schnell ablaufende Veränderung, dass da Ängste und Sorgen der Mitarbeiter geschürt werden? Sie hatten schon mal angesagt, die Arbeitsplätze sind sicher, aber dass also trotzdem die Mitarbeiter in sich das ängstliche Gefühl haben, es ist ein Risiko da, kann ich da mitgehen? Kann man da in der Beziehung die Mitarbeiter beruhigen? Gibt es diese Ängste? Ja, die Ängste gibt es. Wir Menschen sind ja alle so. Wenn sich Dinge verändern, macht es uns Angst, mir auch. Dinge, die sich verändern, führen dazu, dass wir Unsicherheiten spüren. Was kommt auf mich zu? Das macht uns Angst. Ich wünsche mir, dass die Mitarbeitenden auf die Geschichte der Lebenshilfe vertrauen und sehen, wie die Lebenshilfe bisher mit ihren Mitarbeitenden agiert hat. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn die Mitarbeitenden sich auch diese Videos angucken, weil da haben wir alte Geschäftsführer, Menschen, die seit 35 Jahren in der Lebenshilfe arbeiten. Und die Lebenshilfe hat Mitarbeitende wirklich als Familienmitglieder betrachtet und immer geschätzt. Und das wird sich auch nicht ändern. Was noch von außen kommt, kann ich heute auch nicht sagen. Corona, wer hätte gedacht, dass uns das Leben mal so übel trifft. Aber so weit es von mir als Geschäftsführung abhängt und so weit es von Ihnen als Vorstand abhängt und davon bin ich fest überzeugt, gibt es keinen Grund, Angst zu haben und Sorgen zu haben. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Und wenn wir merken, es gelingen uns Dinge nicht, dann werden wir das auch sagen und dann werden wir die Mitarbeitenden um Hilfe bitten. Wenn wir zusammenhalten, so wie wir das jetzt in der Krise wunderbar bewiesen haben, kann uns nichts passieren. Und Vertrauen brauchen wir. Wir brauchen das Vertrauen und ich habe auch das Vertrauen in Sie, in den Vorstand. Ich weiß, Sie werden uns helfen, durch die Krise zu kommen. Und deswegen gibt es ganz objektiv keinen Grund für Sorgen und Ängste und Nöte. Vielen Dank. Dann wünsche ich der Lebenshilfe, ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns als Vorstand, allen Mitarbeitern, dass die Wünsche in Erfüllung gehen, dass es wirklich so bleibt. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Es hat mir sehr wohl getan oder sehr gut getan, diese optimistischen Worte von Ihnen zu vernehmen. Vielen Dank. Danke, Herr Schöner. Vielen Dank.